einen schönen guten tag zusammen und willkommen zu seven days and today und wir haben immer noch tag 96 17 uhr müssen gast geben wir brauchen noch ein schatz also ein schatz würde ich ganz gerne noch geben wollen minimum ich packe erstmal wieder alles 62 patronen für magnum das ist schon auch schon nice so kann ich mich nicht darüber beschweren wir haben schon ganz gut gesammelt wenn man die ak jetzt noch mit bewertet also das ist schon so wir haben eigentlich sollte hier noch irgendwo ein schatz rumfliegen ich gucke mal eben ob wir den hier oben auf der karte noch irgendwo sehen weil ich habe ihn jetzt nicht wirklich gesehen auf der karte das ist so ein bisschen merkwürden haben wir den hier irgendwo mit bei oder haben wir jetzt tatsächlich schon alles doch man macht doch mal minanfang hallo endler sepp steppe feuer lud feuerluft um feuerluft feuerluft weil das wahrscheinlich in der weil das wahrscheinlich irgendwo dann verbrannt im biome ist okay gut dann ja keine ahnung wo der schatz ab und das ist auch weggepackt vielleicht war es auch der gleiche schatz ich weiß es nicht gucken wir mal so lesen an alle die es angeht wenn du im besitz dieser notiz bist dann ist es gut möglich dass ich von den toten aufgefressen wurde folge dieser karte zu einem meiner verstecke mit wertvollen schätzen die ich vergraben habe damit crazy jake sie nicht findet wenn du es findest macht das beste draus akzeptieren so in der richtung in der richtung im wasser wetten um mann alter das ist kann doch nicht angehen oder was man naja fahr nochmal ging ja fahr nochmal gegen kleinbaum mann 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 diese scheiß unter wasser schätze können wir gleich schon wieder absaufen laufen dass es dann ein bisschen flacher ist noch mal wasser lang kann dass ich meine kleine pfütze sein wo so ein schatz drin ist muss hat immer so ein fetter see sein wo du hab fast als sollst links halten wir können auch gleich mal den skills gucken ob er vielleicht auch eine möglichkeit haben vielleicht noch mal das luftanhalten müssen zu verbessern weil ich meine nicht da was gelesen zu haben dass es da ein skill für gibt aber es wäre super wenn es dafür ein skill geben glaube aber nicht das ding gibt das wäre zu schön schön dass es leckt während ich auf wasser zu fahr das ist schon geil ja natürlich ich lande direkt offen offen also vielleicht hätte ich noch ein stück weiter von also dass sie gerade wahrscheinlich zwei da sollten wir eigentlich da sein einzige vorteil tatsächlich bei diesem wasser schätzen ist tatsächlich dass man wirklich dass sie halt offen sind schon wieder muss ich da rein schwimmen das ist doch hoffentlich bleibt das mal so flach also ganz ehrlich dann wurde ich lieber eine halbe stunde rum als immer schwimmen zu müssen auch wenn ich da nur anschwimmen und nun muss aber trotzdem das ist ich sehe das wird hier vorne schon so tief obwohl da wird es wieder ein stückchen höher wie es aussieht kann natürlich auch täuschen ganze stück muss noch schwimmen das ist so elend warum muss das immer alles unter wasser sein dann sollen sie mir doch zumindest die möglichkeit geben wollen sie mir doch zumindest auch die möglichkeit geben hier so ein kleines floh so ein kleines boot irgendwie zu kraften zu bauen oder mich sonst irgendwie zu behelfen oder mir den skill geben vielleicht länger atmen zu können aber ich habe schon da wollte ich auch noch mal gerade reingeguckt haben und das geht es aber jetzt zu spät sonst hoffe ich ab das ist wieder so man das ist wieder so tief das ist wieder so schön tief und wir haben schon wieder 19 uhr einen zweiten schatz also noch einen schatz werden wir heute nicht schaffen den werden wir nicht schaffen sind so schon ja es könnten wir vielleicht gerade so gerade so schaffen davon auch ganz gut geklappt und fast da muss aber auch ein bisschen gas geben wir müssen ja schließlich auch noch nach hause fahren auf dem bike ist ja auch nicht so schlimm aber trotzdem ist ja trotzdem nervig wenn du nachts überhaupt nichts siehst und nicht orientieren musst da haben wir es wo haben wir den chat zu leihen das ist da wird das runter schaffen okay oder zumindest ein skill dass man vielleicht schneller schwimmen kann oder irgend so was oder länger atmen kann oder also bei 40 müssen wir so langsam wieder nach oben das wird eng ich muss mal nach oben jetzt nix das domina reicht nicht aus ich habe jetzt nicht auf laufen gedrückt die ganze zeit ich experte mal kurz domina ein bisschen halten kinder brief das ist auch 55 so jetzt im order ich hasse wasser schätze habe ich das schon mal erwähnt wenn nicht dann sei es auch gerne noch mal ich hasse wasser schätze nicole schatz karte zwanzig mal silber nack jetzt wenn ich das gerade richtig gesehen habe das ist das war noch knapper als es als der andere schatz wo ist das bei ich glaube wir schon mal dahin ich denke flagge man 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 warum müssen es immer die wasser schätze sein warum warum werde ich so gestraft wie schon sagte dann wurde ich lieber eine halbe stunde als dann jemand hier im wasser rumzutauchen habt ihr gesehen bei drei prozent war ich drei prozent das heißt der schatz muss noch tiefer gewesen sein als der andere wo wir fast abgesoffen sind wo wir nur noch 13 prozent hatten eilige muss das denn sein so in der richtung ist das bike da vorne sehe ich schon so einen strauch komischerweise ist der rückweg immer wesentlich schneller zu überwinden als der hinweg aber das kommt einem vielleicht nur so vor ich weiß es nicht so wir haben es gleich ach ein glück ein glück so ich werde trotzdem noch mal eine schatzkarte noch mal lesen vielleicht lieber fremder der kalte schweißer ist ausgebrochen jetzt dauert es nicht mehr lange in meinen letzten momenten kann ich nur daran kann ich nur daran denken ob mein sohn joey noch lebt ich habe keinen grund dir zu vertrauen aber mühe bleibt selber nichts anderes übrig crazy jack hat ihn entführt du hältst eine karte zu einem meiner vielen geheimen vorratslager in den händen versprechen mir dass du meinen sohn helfen wirst wenn du es findest ok das ist interessant raphaels schatzkarte wobei ja wir werden ja keinem keinem sohn helfen können das ist ja so einmal kurz geguckt wo der schatz ist ach guck mal da vorne ist der schatz da guck mal da ist der schatz da könnte man vielleicht am tag könnte man vielleicht doch noch mal die sind das mal bis hier würde ich sagen könnte man vielleicht am tag drauf an tag nummer 97 können wir doch noch ein fahren was würde mich dann schon interessiert ich finde das irgendwie cool solche schatzkarten zu finden mit ein bisschen story hintergrund das ist das das ist so das was auch und was ich auch noch geil finden würde einfach schon nächstes mal darüber gesprochen aber wenn nachher dementsprechend workshop ist die workshop unterstützung mit zur verfügung gestellt wird dass man auch selber stories vielleicht einbauen kann geht sicherlich auch so man kann sich da sicherlich auch so rein fuchsen und da vielleicht das eine oder andere implementieren dass das geht sicherlich aber ich glaube es geht sicherlich einfacher und das ich glaube da würde man sich schon eher ansetzen an so eine geschichte wenn man wüsste das ist halt auch einfach einzubauen ist statt dass man sich da eben noch tagelang beschäftigen muss das wäre schon nicht so schlecht weil es gibt so viele kreative köpfe das sieht man ja alleine schon immer an diesen ganzen mods die es halt für für seven days gibt was für kreative köpfe dahinter stecken und was sie sich alles einfallen lassen ja genau und da habe ich gar keine zweifel dass es da leute gibt die würden sie so hammer geile geschichten einfallen lassen vielleicht sogar in anlehnung an richtig am the walking dead und so was ist da bin ich mir sicher dass es leute gibt die da richtig geniale geschichten sich ausdenken dass es leute gibt die sich da richtig geniale geschichten ausdenken können da bin ich mir sicher ich bin ja nicht so kreativ was das angeht aber naja aber so leute die sowieso gerne vielleicht so kleine mini geschichten schreiben uns können vorstellen dass die einiges auf die beine stellen können gut dann die sich mal wieder nach hause mal mit einem kleiner mit einer kleinen nach wir auf zu lenken in einer kleinen zeit ziehen tour hier an unserer alten safe haushütte und dann gucken wir uns eben noch mal am tag 97 gucken uns diesen einschatz noch mal an dann haben wir wie viele schätze haben wir dann gehoben was man das waren einer an land zwei an im wasser haben wir nur drei geschafft ihr plus den anderen wasser schatz glaube ich noch und es müssten drei wasser schätze und eine an land gewesen sein also vier muss von der schafften ich glaube zwei habe ich jetzt noch über keine ahnung muss ich mal gucken ich muss erstmal nachziehen also noch ein schützer insgesamt hatten wir sieben stück beziehungsweise sechs schatz karten als solches und eine war noch offen also insgesamt sieben schätze so und einen kleinen kassensturz noch machen hätte ja auch nichts gebracht jetzt schon zum händler zu fahren und zu verkaufen das hat mir zeitmäßig gar nicht geschafft naja gut vielleicht schon zumindest an dem händler oben der etwas weiter im süden ist wo wir als erstes dran vorbeigefahren sind da hat es vielleicht noch klappen können aber ist egal machen wir einen anderen tag machen wir nach der orde wir sind wie gesagt dann tag 97 tag 98 müssen wir dann eben halt auch ein bisschen sehen dass wir die basis wieder einigermaßen schier kriegen ach aber wir hatten da ja auch schon shotgun shells auch noch gefunden das finde ich natürlich super da könnte man schön vielleicht dann die die automatischen shotguns also die shotguns jetzt könnte man wieder ein bisschen mit befüllen und wir müssen auch noch mal gucken welche welche dartmaschinen auch leer waren da waren ja welche die hatten gar keine munition mehr muss man sich eigentlich wundern weil ich hatte jetzt nicht den eindruck als wenn die so viel gerissen haben aber da fehlt eben noch mal so eine richtige statistik dann müsste es mal eine statistik geben wie viele zombies man jetzt was ich mit fallen getötet hat wie viele mit mit einem knüppel wie viele durch maschinen und haben uns verfahren vor sich nein nein heilige mutter ich habe noch gerade gesehen dass das militärcamp ist heilige 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 boah dass da auch das Bein nicht mehr kaputt gegangen ist pfff da ist mir gerade mal so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht heilige das war wirklich nicht schön das kann man auch ein bisschen zärtlicher machen Herz in die Hose gerutscht ja so kann man es natürlich auch so kann man es natürlich auch nennen oh Geronimo boah ne boah da habe ich mich jetzt richtig erschreckt alleine schon zu sehen scheiße das ist ja Militärcamp da sind Minen oh 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 an welcher seite bin ich denn jetzt gekommen okay na das kommen wir über ein bisschen überfahren hatten ach ähm ich finde hier so ein bisschen danke so pass mal auf wir nehmen wir alles mit obwohl tanken können wir auch so mal machen wir alles gerne mal mit rein das können wir gleich weg sortieren obwohl das können wir eigentlich auflassen hier nein bisschen winke winke hier mit der Brücke okay ich war da eigentlich nur den zu machen das reicht vollkommen aus boah das war Glück das war wirklich massiv Glück aber wir haben auch glaube ich nur Körperschaden genommen wenn ich das so sehe 124 oder 155 ich glaube da haben wir wirklich Glück gehabt glaube ich gerade das hätte auch anders enden können so wir fordern erstmal ein bisschen was dann machen wir ein bisschen Kassensturz aber wir haben schon weg sortiert also wir haben nochmal zwei Rohdiamanten ne die hatten wir glaube ich so vorher schon gefunden 42 Silbernuggets das ist schon hammerhart 8.335 Rohdiamanten 2.300 ein paar AK teile ein bisschen Munition da nochmal AK teile Gold haben wir 14 mal 7.000 Jetons ja und wie gesagt wir haben noch zwei Schatzkarten wir hatten sechs Stück dabei sieben waren es insgesamt weil wir schon eine aufgedeckt hatten also theoretisch haben wir also wir haben jetzt plus den einen der wir jetzt noch schon angenommen haben sind das plus die zwei sind das insgesamt drei Stück also haben wir vier gehoben vier Schätze haben wir gehoben vier von sieben ist auch in Ordnung bisschen mehr als die Hälfte mal gucken vielleicht kriegen wir die anderen zwei ja auch noch irgendwie weil dann hätten wir wieder nur Tag 98 um aufzuräumen zu reparieren aufzuwerten wobei die ganzen Säulen die 50er Pillars sind eigentlich alle soweit fertig das habe ich noch in der letzten Nacht gemacht also das da sind wir eigentlich doch schon ganz gut davor aber wir müssen eben natürlich auch noch die ganzen Spikes wieder reparieren nochmal aufwerten dass wir vielleicht noch ein paar auf Stahl gerüstet kriegen mal gucken so zum Verkaufen packen wir die mal rein das 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 Waffenteile Raketenwerfer Bauplan den Schaft den können wir nochmal reparieren die lassen wir noch auf Lager würde ich sagen vielleicht können wir da sogar noch eine zweite Acker verbauen die Acker haben wir ja schon da können wir vielleicht noch ein bisschen die zusammen tüdeln das können wir eigentlich gleich mal machen können wir eigentlich gleich mal gleich zusammen tüdeln haben wir noch andere AK-Teile ah ne die werden ja nicht hier drin sein und dann sind die hier drin Magnumteile Magnum Schaft na ok die brauchen wir uns glaube ich nicht angucken ähm dann war's das eigentlich so viel haben wir für die Magnum gar nicht äh für die Magnum äh auch für die AK nicht Magnum Teile haben wir eigentlich nur diese Teile hier wir haben da keinen Griff für wir haben da keinen Lauf für wir haben da keine Teile für also von den vier Teilen die es eigentlich gibt haben wir eigentlich nur eine nur ein Teil das wundert mich ein bisschen früher hat man die Magnum ein bisschen einfacher gefunden finde ich aber das ist wahrscheinlich wieder mal mein Loot Glück das wundert mich gar nicht so Waffen das klingt gut da sind wir genau pünktlich nach Hause gekommen das klingt aber auch schon martialisch da hinten Au ich traue mich ja gar nicht nach draußen zu gehen so das haben wir auch ich wollte erstmal mir die AK angucken wir können gleich nochmal gucken vielleicht ist es auch einfach nur eine Wanderhorde die durchläuft naja es ist so oder so ist ja keine Farale jetzt nehmen sie auf der anderen Seite nochmal Schaden also es ist eine entspannte Horde gut äh machen wir uns nochmal kurz äh eine gute AK fertig eine 600er nicht schlecht 600er das ist das ist Mais achso warte mal ähm abschließend ich habe gerade einen Fehler gemacht ich wollte das eigentlich anders machen so pass auf wir machen das so wie wir es sonst auch gemacht haben erstmal die ganzen Teile ja ist ja gut erstmal die ganzen Teile alter geben wir uns einen Zeiger so ähm so können wir uns mal den guten Schaft raus das ist der zusammensetzen und dann brauchen wir erstmal den guten Griff den guten Griff ist ja kann man so sagen dann haben wir Mimation und dann haben wir die beiden Läufe so abschließen was von denen haben wir jetzt hä hä äh fisch so da 79 so dann nochmal zusammensetzen äh die 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 an aufführung ja 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 gut sieht ja schon gar nicht so schlecht aus zack zack die anderen Teile die schmeißen wir uns mal obwohl die behalten wir nochmal die grüne und die anderen schmeißen wir verkaufen rein Alter hat mir hier das auf dem Sender hier dieses Rungekluder da muss ja nochmal ein bisschen intervenieren glaube ich gehen wir mal umgucken ich glaube von hier kann man ja das ist das was mich so ein bisschen aufregt dass wir hier die dass die hier zu einfach einfach an die Basis hinkommen die klettern da einfach in die um was was das ach komm so weg so du komm mal hier wieder hoch kann ich nur noch ein so komm mal rauf hier so dich krieg ich auch nochmal du musst auch rein man das rumgekau ich hier die ganze Zeit übrigens hat er blei dabei er sie dabei äh blei dabei mein Gott ja ja du hast auch noch was war toll ich bin mir die auch noch gelootet jo wenn du noch dann was dabei gehabt hättest ja ja guck mal hier das sieht man da ist ja kaum kaum schaden ein bisschen da kann man noch mal rüber aber ich denke mal das sind vielleicht mal ein zwei stahl dann ist das auch schon wie alles geritzt aber das ist so das was mich nervt hier an der stelle ja das da muss man mal gucken ob wir da nochmal irgendwie eine vernünftige verteidigung aufbauen ich meine da haben wir uns das natürlich ein bisschen selber versaut durch diese ganzen spikes die wir jetzt noch oben rauf gesetzt haben das war ja so eigentlich gar nicht geplant ja eigentlich sollte tatsächlich zwei hoch sollte das so bleiben damit die hier halt an diesen beton 50er pillars 50 50 pillars stranden damit wir die von oben mit der sniper weg pflücken können so war das ja eigentlich geplant aber dann kam natürlich dann noch die idee mit den spikes ja da haben wir das ein bisschen mit aufgehoben also da müssen wir uns was anderes einfallen lassen das gefällt mir auf jeden fall nicht so es mag vielleicht ein bisschen schaden anrichten aber so richtig überzeugt hat mich das bis heute auch nicht so wirklich gut ich sortiere mich nochmal kurz aus das kommt da rein die schätze gucken uns auch gleich nochmal an klamotten und co da ist das drin den mantel lassen wir auch nochmal hier was soll's und da ist mit den kram da forges zack dann haben wir das auch gut bisschen sortieren gut wir haben noch insgesamt drei schätze einen werden wir auf jeden fall noch heben und zwar das werden wir an tag 97 machen dann werden wir uns diesen hier angucken diesen schatz und die anderen beiden schätze die werden wir auch zumindest einlösen ob wir die dann noch am selben tag gemacht kriegen das weiß ich noch nicht das schau mal ansonsten fangen wir halt morgen an tag 97 den wir jetzt ja schon haben schon mal mehr der verteidigung wieder an mit dem reparieren hauptsächlich und da liegen auch noch tausende leichen draußen auch von der letzten hole noch die ich alle noch nicht weg geschnippelt habe das wollte ich alles erst machen wenn ich nachher die spikes repariere und eben halt die spikes die müssen halt auch noch alle aufgewertet oder repariert werden also irgendwas ist immer hier so und dann setze ich nochmal kurz last but not least das nehme ich nochmal kurz mit wo habe ich stahl habe ich ganz links dass wir hier nochmal ein bisschen stahl produzieren vielleicht mal so auf eine stunde 150 stahl ist zwar jetzt auch nicht so viel das ist nachher ratzfatz wieder weg das sind glaube ich gerade mal 15 blöcke oder so um die aufzuwerten wir haben ja auch noch einige sachen zu reparieren also das da bleibt nicht viel von über aber wir müssen den ganzen krempel ja erstmal einschmelzen das dauert auch wieder ewig und drei tage dann haben wir noch mal ein bisschen dann machen wir noch ein bisschen beton fertig so betonmischung zack brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel weil wir ja schon sagte die die ganzen die ganzen frames also die ganzen wichtigen frames die 50er pillar frames die wir draußen zur verteidigung haben die sind alle schon max aufgewertet mit beton also eigentlich brauchen wir nicht mehr so viel beton aber wir haben natürlich auch noch hier vorne alles frei also hier unsere lauffläche hier unten unsere lauffläche die wir hier unten haben da ist ja auch noch nichts fertig da habe ich zwar auch noch in der nacht noch ein bisschen was gemacht aber da fehlt auch noch so viel beton wo wir dann tatsächlich unsere lauffläche so wie hier noch mal fertig machen müssen das dauert alles noch ein bisschen das dauert alles echt noch mal ein bisschen mal gucken was haben wir denn mittlerweile schon wieder an beton 1200 so bummelig na 1300 ja gut da kann man schon ein bisschen was damit machen da kann man schon ein bisschen was damit machen aber ich muss eben auch noch ein paar rüber frames herstellen auch nicht so das problem sand geht so langsam zu neige dann müssen wir auch so langsam gucken dass wir da wieder ein bisschen nachschub kriegen so die frames nehmen wir mit für die schatzsuche noch die beiden schätze lösen wir noch mit ein das machen wir aber erst wenn wir den den wir schon ausgelöst haben wenn wir den haben schaufel alles haben wir dabei sehr gut fine stance gut dann würde ich sagen an dieser stelle machen wir endlich wieder ein kleines päuschen wie schon gesagt habe heute tag 97 machen wir noch diesen einen schatz den jetzt gerade oben rechts noch mal sieht oder oben in der mitte seht da richtung osten bummelig der südosten und dem auch auf jeden fall noch mal die anderen schätze müssen noch mal sehen wenn die direkt auf der ecke sein sollten oder auf dem weg auf dem weg zurück da mache ich die auch noch mal eben mit es sei denn die sind wieder im wasser ansonsten werde ich mich dann hoffentlich der basiswetten dass wir da wieder gut aufgestellt sind aber ich glaube da mache ich mir da brauche ich mir glaube ich keine gedanken machen das hat in den letzten horden eigentlich auch sehr gut funktioniert schön dass ihr dabei gewesen seid und dann sehen wir uns an nächsten folge ist der nächste da wieder macht bis dann tschüss